Hi, ich bin Marie, ich bin die Theaterpädagogin hier in der Staatsoperette und ich sage dir jetzt drei Gründe, warum du am Sonntag zur Familieneinführung kommen solltest. Erstens, du erfährst alle spannenden Fakten rund um die Inszenierung My Fair Lady. Zweitens, dich erwarten spannende Spiele. Und drittens, es gibt noch ein kniffliges Rätsel für dich. Zweitens, dich erwarten fellowship.